auf zum nächsten pokémon aber erst mal holen wir uns pokébälle vergessen dass ich schlecker kann noch nicht insolvent aha lustig okay zeit für einen neuen freund was wird's wie soll ich dir schaden machen gute idee stop komm einer noch nach natürlich geht's durch ok 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 jetzt sagen wir jetzt sagen wir es aber wie nennen wir es wir müssen schon mal einen namen aussuchen schon mal einen namen aussuchen es ist gut wir haben es leider bist du ein trainer ich brauche pause ich brauche pause bist du ein trainer oh das ist ja der feldhorn cool ja geil unser nächster freund ist ja das mag ich ja ok wir haben schneckmark wie nennen wir schneckmark gustel los geht's du bist gustel los bist du auch auf forschungsreise autor jan an auf taubsee 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 kappador nemo du bist dran besiegt taubsee spaß schwester becky große schwester becky würde ich meinen äh kratzer warum ist becky so stark warum ist becky so stark und ich bin süß kostela ekelhaft du aussiehst ekelhaft job becky und mega boots was kann becky nicht ey du hast einfach recht jawohl ja becky kann nur also mega heep kann nur ein einziges mal erlernt werden mega heep 20 ap alles klar becky kann mega heep so pokemon Welcher Freund? Welcher ist unser neuer Freund? Frieselblitz. Voltenso. Gutes Pokémon. Schnitzel. No! Knödel. Knödel ist wieder da. Und Duster. Level 17. Okay, Angriff steigt. Aber nicht stark, nur eine. Zehn! Sieben, okay. Hau ihn weg! Yes! Nuggets! Mit dem Sieg. Weißt du was? Backjab, mega Heap. Geh mir immer so eine richtige, so eine richtige Faust. Rich Kid Knödel. Mega Heap! Bah! Mega Heap! Bah! Tschüss, Seemops. Nein, bitte kein Doppelteam, die ganze Zeit spam. War krass, der von Kilian gefangen. So, jetzt dürfte sein Starter kommen. Ich glaube, das ist Damienplex. Was? 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 Yes. Nugget! Du warst ein guter, du warst ein sehr guter. Weißt du noch damals, Rocco 1 gegen 1, letztes Pokémon Level 14, du warst Level 13, Intensität 10 weggefeuert, One Hit KO. Nugget folgt sich aus der Box an. Ja, aus dem Himmel meinst du Er ist jetzt im Himmel Dickter, no! Mit der Finger in die Wunde Mit dem Finger in die Wunde Erst den Finger, angelutscht Ins fucking Meersalzglas Bis drei Zentimeter Schicht drauf ist Und dann auf die Wunde Ich könnte mich mit Ditto Einfach in ein Dickter verwandeln Einfach nur um zu fühlen, wie es ist, noch mal ein Nugget zu haben Wer wird unser nächster Freund? Oh, yes! Okay, okay Das ist Sehr geil Ich glaube, ob man so schreibt Aber ist mir egal Neuer Freund Botogel Ist ein Eis-Pokémon Crack Crack Center Becci regelt mir ein Mega-Heap Ist einfach eine Step-Attacke, ey So Entwickel dich Teriyaki In die nächste Teriyaki-Stufe Ich habe noch nie die Attacke Frostbeute gesehen Kannst du auch füllen damit? Kannst du auch füllen damit? Was? 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 Huuu! Nein, komm mal! Das verarscht mich nicht! Oh ne scheiße, das Spiel trollt mich! Erst werde ich gewoneshotted von so einem Kack-Seemops und der nächste Trainer hat original einfach eine Becky als Pokémon. Komm schon mal!